Ja, ja, ich bin nicht so schnell und fertig. Zeig mal auch kurz warum. Aus Füben gehen dann runter. Und typisch Junge, er verfolgt erst mal den Zink-Hutelter weg. Ein Konzept? Ja. In 1000 Metern musst du raus. Ja, ja. Das nenne ich hochkonzentriert. Hä? Ja, das nenne ich auch nicht. Boah, ich sehe was. Nein. Ich bin nicht drin. Wovon du eigentlich erst schon ausgegangen bist, ne? Eigentlich ja. Na, lässt du den vielleicht auch mal rein? Hä? Ja, hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Der war aber noch weit weg. Glaube ich. Danke. Williams, Mädels. CEO-PERA. ledge Nachfrage, Lieblingsflug, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.